Yo Heroes, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem Muskelaufbau-Rezept-Video. Und zwar machen wir heute einen kleinen Shaker. Sehr, sehr gut für Hardgainer, viele Kalorien, Kohlenhydrate und ein paar Fette sind auch dabei. Und zwar, was brauchen wir dafür? Wir brauchen eine halbe Ananas, sehr gute Kohlenhydratquelle, dann eine Limette für den Geschmack. Dann brauchen wir eine halbe Avocado, auch sehr, sehr gute Fettquelle. Und die nächste sehr, sehr gute Fettquelle ist Kokosnussmilch. Davon auch nur einen halben Becher und dann noch ein bisschen Salz und wer es mag, ein bisschen Stevia, ihr wisst ja, ich mag das gerne, wenn es ein bisschen süßer ist. Und dann schneide ich jetzt das ganze Zeug mal, das kommt alles in den Mixer und dann schauen wir mal, was da für ein geiler Shake mal rauskommt. Also wir haben jetzt hier so eine leichte grünlich-gelbliche Pampe rausbekommen, aber mal schauen, wie es schmeckt. Ist ein bisschen dicklich auch, aber es ist nicht so schlimm. Also ich finde es echt lecker, müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, nachmachen. Also wie gesagt, für Hartkern ja gut, wenn man viele Kalorien aufnehmen möchte und dann auch auch Kalorien trinken möchte. Eine sehr gute Möglichkeit. Wenn du mehr solche Rezepte sehen willst, dann kannst du diesen Kanal hier abonnieren und lass mir auf jeden Fall mal ein Like da und schau dir die anderen Videos an. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Rios. Wann kommt dein Startschuss? Und ciao! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020